Jetzt? Nein. Erst. Sicher? Ja, jetzt erst. Ja? Ja, mega fehl. Ja, komm. Ja, komm. Boah. Alter, das ist knapp jetzt. Ja? Du hast mich mit meinem Lenker berührt. Äh, mit deinem Lenker. Ich hab uns echt einen Lenker berührt. Der hat alles. Alright. Boah. Alter, ich hab gerade voll das Rad weggezogen. Vorne. Wo ist jetzt der hin? Boah, Katze, geh weg. Katze, geh weg. Geh weg. Bis bald. Geh weg. Blech weg. Uff. Hufe weg. Uff. 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 ffff Oh. Das war's für heute. Es ging nicht irgendwie. Ich wollte voll vor der Bremse ziehen. Habe ich auch gemacht, aber irgendwie hebt es nicht an. Wir sind ja gerade am Reelies üben und das ist halt für uns noch sehr schwierig. Die kriegen schon welche hin, aber noch nicht so gute. Also es sind zwar, entweder sie sind zu hoch oder zu niedrig und zu weit. Weit kommen wir nicht. Weit kommen wir eigentlich nicht. Weit kommen wir eigentlich nicht. Die Länge ist halt bei uns noch ein bisschen schlecht. Ja, dafür bräuchten wir Handschuhe. Ja, es ist schon noch sehr schwierig. Muss ich sagen. Was? Ja, schon. Ja, aber wann steht noch in den Sternen? Das wissen wir noch nicht. Nichts. Nichts. Ja, wir kommen in der Heren, ja. Da sieht man aber. das problem ist an dem sprung hier dass wir den noch nicht so richtig hinbekommen also wir springen zwar aber meistens nur mit den vorderrädern die sind ja tierlein tierlein kennst du dem wunderschönen kakadu alles klar ja wir fahren ja schon länger mir lehrt dass ich am anfang fail gesagt habe war ja auch oder hast du vorhin ja gesagt das stimmt ja auch man weiß ich noch nicht ja genau schreibt es mir in die kommentare wenn ihr lust habt also ich finde also ich will es auf jeden fall machen bruder hatte die idee und ja gut aber wir haben dann halt wir überlegen halt zur zeit noch und sind auch noch in der in der planung bestimmt voll schief ja bei mir ging vorhin auch schon ein bisschen was schief und zwar bin ich runter gesprungen und hatte zu viel schwung und bin halt mit beiden rädern abgehoben und auf einmal also lande ich ganz normal mich ich bin halt im stehen gesprungen und bin dann halt gelandet eben und da hat es mich halt runter gedrückt und dann hat es halt so geknallt oder ich weiß nicht wie ich sagen soll also es hat so ein geräusch gemacht und ich dachte halt dann ist halt das fahrrad irgendwas also da ist irgendwas kaputt und ja dann habe ich geguckt war aber nirgendwas und naja vielleicht war es die federgabe dass ich da gesprungen bin und ist halt bis zum anschlag runter gegangen kann auch sein weil mit vorderrad wie gesagt das ist halt schwierig da das unter kontrolle zu halten weil mit dem vorderrad springt man viel zu leicht aber hinten mit dem hinterrad ist es halt schwierig das ist jetzt bei der sprungschanze ein bisschen schwierig aber aber bei der anderen wo wir waren da ist es schon schon besser ja komm komm lass mal fahren da können die halt den weg dahin suchen keine ahnung ja keine ahnung wollen wir fahren oder nicht? ja spring mal hier noch ein bisschen also fahren wir heute nicht mehr oder? nee ich glaube nicht finde ich hier irgendwie auch cooler außerdem kenne ich das andere schon ja das hier kenne ich auch hast du dir noch nicht ja wir haben es noch nicht ich war ja schon oft wir haben es halt noch nicht richtig gefilmt stimmt ja das andere haben wir schon gefilmt ja wir haben auch nicht so richtig das andere ist auch noch nicht online oder? nee das andere ist noch nicht online aber das kommt wahrscheinlich vor dem hier aber ich glaube du musst doch noch alle anderen Gesichter und die straße und fixieren ja da muss ich aufpassen ich schaue schon dass ich es nicht so drauf habe mach einen Piep rum hilfst du nicht naja gut fahren wir mal runter oder? ich kann natürlich jetzt nicht springen ist natürlich ungünstig gerade fahren wir mal runter trotzdem fahren wir mal runter fahren wir mal runter fahren wir mal runter der ist gerade mal da gehen oder? warte geht bei mir nicht oder warte ich kann auch einfach meine federgabel sperren ja warte du kannst aber auch du musst halt gegen dein Lenkvertrücken und weißt du ne? mit dem Arzt mach auch nicht mal hä? leu ich konnte das mal schau wie langsam ich bin schaff ich es trotz zu scheifern so langsam trotz zu fliegt hä? wieso kann ich das nicht mehr? ja keine Ahnung ich konnte das auch mal ich wollte da hin und her hüpfen hey du musst so richtig nach vorne drücken mit dein Lenk schau richtig so also nach vorne und deinen Arsch in den Moment hochheben wenn du die Forderbremse gehst du so nach vorne schau richtig so da vorne könnte man auch hier könnte man auch runter fahren aber da ist mir nicht drauf das ist ein Privatgrundstück aber schau, 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 schau ich kann das schon machen, dass du dabei nicht hä? lol lol voll unlogisch auf die Straße bei mir geht es nicht keine Ahnung, krieg ich nicht hin alles klar alles klar ja ich konnte das irgendwie mal aber egal lol lol fail hey was hast du gemacht? lol ich bin gefahren und versucht über den Schlauch zu springen bin aber hier schon abgehoben dann bin ich gelandet und bam rein obwohl ich eigentlich könnte das auch überfahren aber keine Ahnung aber schau lol hier so hochgehoben ne hier so ein Loch noch hoch bam irgendwie so hier rübergehoben schon hä keine Ahnung lol gehen sie schnell stand fail naja kannst du halt auf 2 Jahren gehen lol hör 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 ernsthaft? ja siehste nicht hör 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 servus was geht hör 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 das ist aber noch eine kleine ja leider leider noch ein Willi ja sie ist leider Wir machen für die Community ein Willi ein Willi Versuchen eine richtig schöne zu machen ja es dauert ein bisschen dafür muss ich ein bisschen üben Aber für euch mach ich das natürlich mal ja voll den stunt, voll den wheelie, kann ich auch machen da haut es sich ja nach hinten um ich finde immer noch, dass mein Bruder besser wheelies kann und wenn du telefonierst, ja ich finde das auch, ja mir ist zu leicht was mir ist zu leicht, ja aber am anderen könnte ich da keine bieten also heute kommt der ja, aber auch nicht aber auch nur schlecht, was komm mal, komm mal zurück und dann? ich finde jetzt wie so ein kleines Parcours Video Wallride oder was? dann machen wir uns einen vor und dann? ich weiß nicht ich will die Stürmer neben der Kamera so du fährst dann von der Seite hier so durch und wenn du unter mir bist, spring ich über dich ich kann das, weil ich schon oft gemacht will ich dir zeigen?